hallo zusammen und herzlich willkommen zu der alpha 18 mit dem spielekaiser der pickelhaube das sieht so geil aus der helm und der kurzen schrotze das ist eine abgesägte schrotflinte jajaja die war früher war die mal schrott und jetzt sogar ein dingens mutter auf hier das ist ein roter arbeiter also ist der entfernung ist super wir haben die nacht ein bisschen durchgearbeitet wie ihr seht habe ich hier außenrum sachen gemacht und zwar dass wir runter ballern könnte spielekaiser will jetzt licht setzen genau und ich habe noch ein skillpunkt da werde ich jetzt auf den meiner 69 ergehen dann haben wir nämlich den tool nipper deswegen kriegen wir dann tools der stufe 2 jetzt kann ich uns neue werkzeuge machen also wenn du noch animal fett irgendwo hast wäre das gut war dann nämlich habe ich wenn dann alles in die kiste in die essenskiste ja gut dann ist alles dann müssen wir tiere jagen wie viel hunger hast du aktuell nicht mehr ich habe von den fleischdingern gegessen okay dann esse ich das letzte fleisch aber ein bisschen was trotzdem so am arsch nee wir müssen wir müssen satt werden also macht das feuer mal 14 sekunden der helm vom kaiser hat auch licht höre ich hast du mal 11 gedrückt ja nicht ein drück f das ist aber noch ganz schön dunkel draußen hier benzin dabei da brauchen wir nicht obwohl du schon ne äh benzin eine feuerschau ich trage ja 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 der lindemann äh ne würdest du eigentlich als musiker sagen dass rammstein relativ einfache musik ist also von den von der von der weil sie spielen ja so ne die riffs sind ja immer sehr gleich und solche sachen okay wenn du es jetzt mal mit dream theater vergleichst du mit nach noten spielen mit weiß ich in welchen tonlagen mit zig tempi wechseln ja ja aber ist nicht leicht also es gibt viele cover bands oder wenn du mal versuchst dich an so einem song eins zu eins nachzuspielen das ist teilweise schon hab ich also du redest jetzt von den rammstein songs ist nicht so leicht kommt immer darauf an also wenn jetzt musiker bist dann aber ja ja also ich hatte ich hatte musiklehrer damals in der schule das war so ein virtuose der war ausgebildeter posern ist der konnte schlagzeug gitarre keyboard also er konnte so gut wie jedes instrument spielen ja nur das einzige wasser zertifiziert war war posern ist liebe grüße an dieser stelle wird hier nicht reingucken niemals wenn er überhaupt noch lebt das weiß ich nicht auch schon relativ alt ich hoffe dass er noch lebt war ein sehr netter mann der hat mir damals personenunterricht gegeben obwohl das nicht hätte müssen noch als war außerhalb der schule von diesem oben links in die ecke gehen in der stadt bitte ja dann liebt auf jeden fall ist immer faszinierend wenn der sich halt ans keyboard gesetzt hat und hat dann improvisiert weißt du so einfach so einfach losgelegt er hat einen song gehabt und konnte den spielen das war so für mich als ich kann nicht mal noten lesen ich habe immer auswendig gespielt ich musste die lieder praktisch hören und dann auswendig lernen ja genau so war das jetzt kann ich nur noch die arschgeige spielen und ein bisschen unter monika vielleicht noch wo willst du hin einfach mal das nordwestliche in der stadt und weißt du warum ich unter monika gelernt habe weil ich den film spiel mal das lied vom tod gesehen habe und ich wollte diesen weißt du diesen ton ziehen das wollte ich um ihn können ja das ist also wenn nennt sich das ja halbtöne ziehen weil so eine monika hat ja so eine wenn es keine harmonika ist die hat ja so ein schieber an der seite harmonika wo man halbtöne praktisch dann per knopfdruck spielen kann und normalerweise ganze töne wenn verschiedenen tonlagen gestimmt und bänden also das heißt den ton biegen wenn es biegen ziehen damit machst du halt halbtöne und so weiter und das wollte ich lernen das war ich habe es damals nicht hingekriegt und dann hatte ich immer eine monika genommen nach dem park und habe noch mal drangezogen auf einmal wusste ich wie es geht muss praktisch so ich kann es nicht nachmachen so wie so ein rückwärts pfeifen so ungefähr ist das in der monika damals unsere jugend war die knopfhoff show kennst du das ja klar knopfhoff show und diese jazz band die davor gespielt hat dass also das war auch der grund warum ich in der posaune angefangen hatte weil ein kollege von mir trompeter war und posaune angefangen habe und die beiden sich an zu kloppen die hunde war die im hintergrund hunde wollte ewig leben stell einfach diese frage ich habe noch keine besseren werkzeug gemacht du sagst gar nichts euer feld lieb ist dann höre auf der scheiße du musst doch sagen mach es rein hallo wohnt hier jemand oja sagt doch mal minja es war unsere werkzeuge natürlich das mache ich gerne denn ich habe ja gespielt und ich rede nicht nur von musik ist auch eine bessere axt steinaxe ja 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 gerne alles was zu haben oha gyrokopter chassis so fertig kannst du haben wir sind jetzt auch unterschiedlich die ich crafte 950 35 nö hier also wenn sie das gleiche level haben kann es wirklich sein dass sie unterschiedliche ja deswegen habe ich noch mal geguckt das kräftigen top brauchen wir auch nicht guck mal hier hinten dieses gelbe haus bist du jetzt hier durch mit looten ja so ein bisschen aber die vorhänge noch oder die vorhänge die geben noch Plaste wir brauchen noch Plaste ohne ende ach so aber in der einen raum warst du noch gar nicht drin die küche ist noch nicht gelootet ja aber wieso na gut ich lud man durch ich habe jetzt essen wieder konzentriert dann kümmer dich mal um den da draußen dann du dich mal schnell durch ja liegt hab schon wieder hunger ja siehste deswegen brauchen wir die Küche ja 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 ich weiß ja Honig und nix und was habe ich gefunden was für ein Papa was hast du denn das kann ich essen ne ja hier was essen kannst du komm her wenn du hunger hast ja hast du richtig Hunger ja dann hau dir hier guck mal ich habe dir einen schönen Auflauf gemacht oh danke nicht vergiftet sein bitte nicht vergiftet sein das sieht gut aus danke ja alles gut was ist mit diesem Auto sieht aber komisch aus da ist so ein komisches gelbes Gebäude vielleicht ist da ja was drin also ich habe in den Kommentaren nur gelesen du bist zweimal schon im Booker vorbeigelaufen ja es wäre hilfreicher wenn die Kommentare gesagt hätten wo es ist bevor du hier jetzt hier ja ne so ein bisschen suchen macht auch Spaß ja was habe ich denn hier ich habe einen Golden was sagst du wenn das Buch aufgeschlagen ist kann ich schon ich sehe gerade was also ich muss jetzt auch wenn es ein Live-P-P ist aber Nostra 50 Euro danke krass so dankeschön ja wenn ihr demnächst mitbekommen wollt warum der Kaiser so alles aus dem Gesicht fällt ja wirklich ich habe die Alerts ja aus ja guck mal her guck mal her ich habe noch was oh was sieht das geil aus hier warte mal das sieht ja geil das bleibt mal so stehen danke warte Moment wieso habe ich Leiter dabei ich bin auch so ein oh man ey einmal mit Profis das geht so nicht das geht so nicht das sieht gut aus hier die Sonne der ist gegenlicht sowas wollte ich dir geben ich wollte dir irgendwas geben ähm hier ist ein Kaffee oh danke nein nichts können nichts können ich habe das Essen gescrabbt nee das wollte ich dir auch noch geben jetzt habe ich es so ach man ich Ochs jetzt habe ich das Essen gescrabbt das Essen wir können ja kein Essen scrabbt das kommt noch raus ich habe Ölrezept lerne ich ich habe die Bars mitgenommen ich bin Profi so jetzt geht's Mann ey Minja ist ein bisschen Konzentration ne ein bisschen gehen wir in den Keller äh ja oh reingetappt bist du gerade aus dem Spiel wenn ich rein ja ja weißt du wenn ich in deiner Schusslinie stehe oh da ist jemand die ist hier doch nichts guck mal der die kriegt man hart Leid zwischen die Augen wieso ne es war mein Sperren du hast äh wieso kann ich nicht auf ich kann es mehr gesehen war schon hast du schon aha bist du hoch du bist wohl hoch ja zu spät ok doki ok doki oh nein hier ist eine funktionierende Tablesaw wieso nein wollen wir markieren aber kannst du ja nur Rutsachen mitmachen so gut ist ja nicht das ist jetzt auch ein bisschen Deko Deko weißt du wenn du im Spiel jemals dazu kommst irgendwas zu dekorieren sicher oh Blueberry Pie hm haben wir schon haben wir schon bam 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 Fertsch Fertsch raus auf dem Goldschrank hast du dir das Essen übersehen oh da war sogar ein Honig da habe ich schon was für Essen drin jetzt ne ein Honig ein Honig ist immer gut wenn wir mal hier ja ich bin unten ok ich bin oben ja ich bin auf einer Tasche zwei leere Gläser das hat sich ja gelohnt ach wieso bin ich jetzt hier gerade eingebrochen wieso bist du nicht eingebrochen bin ich doch zu schwer habe ich zu viel gegessen in der Apokalypse sagt er ich habe mir mal den Rücken zu stärken ich habe Hunger und du rennst gut gefüllt durch die Gegend hier ja gut gefüllt ich finde das so geil mit den Toilettenhäuschen oh Gott weißt du was geil ist hier nebenan ist noch eins hier geben wir noch einen pass mal auf sollen wir was machen komm mal her was da nicht nein nein nicht verschwenden oh bitte nein lass uns das Toilettenhäuschen sprengen zu viel Jack has geguckt oder wie komm wir spreng das jetzt du musst die Tür zu machen hier ist eine Leiter noch hier ist eine Leiter ich mach rein du machst die Tür zu ok mach fertig ja scheiße falsch warte nochmal ok Übung war schon mal gut ok warte fertig jetzt kommt der Ernstfall ja ok und los wow das habe ich nicht erwartet ich gehe jetzt mal die Leiter hier drinnen hoch super oh hier schläft noch jemand guten Tag oh ein zwei Kraucher wo kommt die denn her ok das war auch nicht der Bunker ist das hier vielleicht Bunker dieses kleine Häuschen oh mit dem Speer wirfst du mit einem Wurf so ein Krabbler weg ne äh ja beim äh das heißt im richtigen Zombie beim laufenden Zombie hast du wenn du wenn du den Kopf triffst oh nice hier oben dass wir das nicht hier ich habe Leg Armor bekommen ah ne sind die besser ich habe für dich Leg Armor hier ist eine Hunter Mod 100% Damage to level living beings install into a melee or range weapon ich weiß halt nicht ob das nur gegen aber living beings und zombies sind ja keine lebendigen Tiere äh lebendige Lebewesen mehr ich mach das zu meinem Kribbel das kannst du aber glauben 100% Schaden Batsch okay okay ich muss hier noch ein Tresor aufmachen ich brauche noch einen Moment ja nochmal ich mach mal eine Pass and Gas Sealed Shipping Crate auf ich habe einen Lockpick vergessen wie geht der nochmal mit links wie macht man so einen Lockpick 10 Repair Kids äh alter Verhalter wie benutzt man denn so einen Lockpick äh eh gedrückt halten aha okay alles klar so ging das nicht früher mit links klick oder war das nur ein Mods mit dem Lockpick habe ich nie probiert ehrlich gesagt ich weiß auch nicht das konnte ich dir nicht sagen okay okay das ist für die Schrotzen Munition und noch einmal ein Mod für Inventar ja bring mit oh Inventar Mod ist auch gut mhm where are you da bist du also pass auf hier 21 Schrotzen Munition hier Leg Armor ja Stufe 3 ich habe noch 291 Kohle mitgenommen und die Dings die Inventar in was kann man das reinmachen das Inventarzeug ähm ich habe ein Chest Armor ein Mantel ne den kann man nicht modifizieren Chest Armor ist schon eins drin und Stufe 1 kann ich ja nicht noch eins reinmachen ne hallo nein ah hier Modify ich mache es mal in den Mantel rein geht das ne es geht nicht in den Mantel geht es nicht du hast gesagt nur in die Chest Armor hallo ist es weg ich glaube du musst nicht aufpassen jetzt hat er hier schönen Saugnopf vom Aquarium im Mund habt wieso geht das Pocket Armor kriege ich nirgendwo rein äh du sagst nur Chest Armor ich weiß nicht vielleicht Leck Armor Schuhe musst du mal gucken hey hier okay die geht hier nirgendwo rein aber ja was sind wir hier im Hintergrund los ja der Hund ist auf Stöbertour hier ach in jede Armor höre ich gerade probiere ich jetzt noch mal in die ähm ja in jede Armor also ging jetzt zum Beispiel meine meine Handschuhe wir können go ja lass mal hier dieses ding angucken das sieht aus wie so ein wie so ein amerikanischer ähm ich muss mal kurz die NS hier drunter was sieht man scheiße noch mal kurz äh Iron Trailer Park Boys wenn ihr euch jetzt wundert der Spielekaiser redet nicht mit seiner Frau sondern mit seinen Hunden ja mit einem und der Kleine er ist zehn Wochen und der rennt hier gerade rum und macht Terror findet über Sachen nee überhaupt nicht aber der ist bei ja guck mal hier oh lecker kann ich alles ums Maul was irgendwie gehen wir hier rein in den Trailer ja warte mal jetzt lass ich hin ja schlaf mein kleiner Schlafgut ja ich baue es heute Abend nicht da und deswegen habe ich meinen meinen Doggies aha man muss halt echt schön hinterher sein oh da war zweimal leckeres Ekerfleisch schau mal möchtest du auch eins haben mhm ah use a bandage da steht es doch was denn ich muss eine Bandage benutzen der ist heilig besser hui noch ein bisschen Stoff Alter ein bisschen Schlaf zu entspannen ich kann den das ist echt schwierig man muss die Unterlippe so ein bisschen vor und dann alles easy keine Panik keine Panik wir kriegen die Tür auf ja Schlaf liebe Grüße an dieser Stelle wenn er hier mal zuhören würde oder zuschauen sollte den fände ich oh da so wir locken wir ihm alles an oh aua 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 Stunt au weck 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 alter Mann du bist doch voll auf die Fresse und schon ist die Lebenspunkte weg oh ein Herr von der Armee Soldat G.I. Joe das war's eat shit mother fucker geil äh der Hund ist echt scheiße Moment oh ich hab Steroide gefunden nicht dass ich die brauchen würde aber Moment scheiße alles gut ne Hantelbank weg wrenchen your wish is my command hab ich jetzt die wrench zuhause gelassen ne die ist auf der 3 minja suche blindfisch Moment mal hab ich keine Bandagen dabei gut bevor das hier schief geht ach der Hund mal eben rumgebracht ja was gut ist der läuft Treppen rauf aber nicht runter das heißt ich hab nicht von alleine hin oh Forged Iron hier die Hantelbank ist ja richtig aus seit hier im Boden sind überall äh Bodenplatten kaputt da könnten äh Schätze versteckt sein das sieht nur so aus das ist äh das Licht nein ich sehe hier rechts von mir einen Koffer unten durchlucken achso ok ach small ammo eigentlich ich hatte gerade in der Küche einen Waffensack aber dann kam so ein äh Militärmarsch was war das was hat eben gekracht oh Hanty Rifle ok ich hab so ein bisschen Schiss wenn du nicht neben mir stehst ja aber die Dinger die Vier kommen durch die Decke von oben von unten oh hier war da noch was kaputt oh holy moly also die Küche hat sich mal gelungen geil hast du Bandagen am Schüssel also willst du Bandagen äh ich hab noch Stoff ich glaube wir welche machen ich hab noch eine gute oh hier lebt jemand jetzt hier was ist nett guten Tag nehmen sie doch mal ein Sperr als begrüßungsgeschenk also ja der Eisensperr ist echt der ist toll der ist gut ne ja das sind zwei oh man das sind zwei die Schläge da bist du ja ich nehm fleißig Plast mit weißt du von den Entschuldigung von den Jalousien achso ja wegen Ding Mauer was ist ja gar nicht so gut in der Küche die guten Sachen noch da liegen lassen das gute Plastik ne hier war ich noch gar nicht es gibt Plastik ja guck mal hier ich geb dir was hier äh 2 Level 1 aber ja besser als nicht besser als sie als sie sagt was ist denn hier Dressschuhs die Hälfte der Munition liegt auf dem Billardtisch 2 1 Moment einen kleinen Moment 4 3 ja dann nehm ich doch die guck mal hast du meine Schuhe gesehen wow sexy wow in pink steht die hast du die Munition vom Tisch genommen nein jetzt ok jetzt hab ich Entschuldigung ich trinke mir immer ein bisschen Wasser äh ein paar Steroide wären toll ja und im Spiel auch oh ne das Ei genau im Spiel ich bin Batman ich hab Silber gefunden ich hab Gold gefunden kannst du das nicht das klingt ich bin Batman ja ich bin Batman das ist meine Morgensstimme wenn ich morgens aufwache guten Morgen Schatz hast du auch so geschlafen wie ich genau ich hab einmal The Vanishing of Ethan Carter hab ich aufgenommen morgens das ist so ein ein Adventure würde ich mal sagen und hat jemand gesagt ich soll doch nicht den Bass so reindrehen ins Mikrofon ja das geht leider nicht krieg ich nicht raus sagen wir es mal so Wasser ist eingebaut krieg ich nicht mehr raus geil also Schuhe willst du nicht ja äh nö danke und damit mal ich spüren was ich anhabe zu spät was hab ich denn ne ich hab allen Boots ich hab Warren Boots also das ist ähm ist hier nichts mehr drunter unter dem Haus das kann doch nicht sein ich wundere dass die Decke so runterhängt ach doch das ist das gelbe hier ne okay ne doch da war der Koffer drunter den hab ich unten ist jemand der auf die Fresse will das würde ich nochmal jetzt Baby ausprobieren guten Tag darf ich ihm meine Schrotze vorstellen darf ich ihm meine Schrotze mal ins Gesicht stecken die kurze Schrotze weiß ich noch früher die war war totaler die konntest du nicht verwenden also die hat ja kein Effekt gehabt aber das Ding scheint abzugehen bin übrigens schon wieder voll willst du alles Grab Chest Armor haben Brückenpot haben wir auf jeden Fall ja Scrap Chest Armor fliege ich glaube ich hab da besseres 10, 15 ja hab ich besseres scrappe ich jetzt ja ja oder verkaufen aber ja oh Entschuldigung wir müssen mal ausladen also wir müssen mal kurz zu Hause vorbei okay wir brauchen Steroide und mit Steroiden bist du echt gut ja hab ich hab ich aber Inventar ist halt maximal gefüllt und okay so Steroide helfen ja nur was wenn du ein Inventar voll hast dann ja aber die helfen ja auch kannst du nix mehr scrappen und so hast du alles alle möglich als würde ich Inventarmanagement betreiben wenn ich unterwegs bin das ist aber auch lächerlich klar ey Mann ich rutsche hier alles von dem Kram runter jetzt lass mich nochmal hupen komm nicht okay also entweder wenn die Leute das nicht veräppelt haben was ich jetzt mal nicht glaube veräppelt dann ist die veräppelt ich hab aber drei Eier das ist gut ich hab ja 15 Grain Alkohol Schätzelein was ist das so? 15 Grain Alkohol ja dann Prost kannst du nicht mehr trinken das geht nicht mehr nee nee das geht mir so um Keks hier dieses ich kann mich nicht mehr bewegen da ist noch eine Tasche in der Ecke da muss ich ran das kann ich noch machen kommt man da ran? ja komm weg oh wow okay 4 Crip Ammo oh jetzt piepst der Hund was hat er denn? der Hund piepst ja ja ist er gar willst du noch eine Pistole haben? äh oh ja gerne hab ich noch nicht ich droppe jetzt hier in der Garage bist du bei mir? droppe gleich jetzt hart nee ich komm zu dir doch da hinten bist du noch ja entschuldigung ich mach die Garage hier äh da muss ich mich mal hier umeinen ich bin hier okay ich nehme die Pistole mit ja ich bin hier ach du die Schuhe passen schon mal da hast du 9mm schon einstecken? äh hab ich 210 Schuss brauchst du was? ne ich hab 42 das langt auch erst mal okay ähm ich überlege grad ob ich irgendwo die Farbe reinpacke der Knüppel ist glaube ich voll der Speer den kann ich nicht oder kann ich den modden? den kann ich modden äh da so Lied oh dieses Haus ist Metall verbarrikadiert dann lass uns das Haus merken und zurück wackeln oder? ja gut dann wackeln wir mal nach Hause und sind am Ende was bitte? ich hab noch einen Skatepunkt warte mal hier ja ich hab auch noch einen geht der jetzt auf Sexual ich kann's aber glauben oder ne Packmule 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 äh Ramina äh diese Cardio weißt du? Rule 1 Cardio äh ich hab einen Packmule ich muss tragen meine Meta muss muss voll sein machen wir das mal okay dann latschen wir nach Hause wir waren jetzt dran war ich das? äh ja hashtag geile Schuhe sehr gut ja ich hab ja guck mal mein Amnizizien ich seh sie ja selber nicht wenn ich hier drauf geh aber das sind auf jeden Fall äh sind richtig geile Schuhe ja ich unterstreichen auch meine feminine Seite äh hier als viel zu freier Cowboy unter dem Mantel ausziehen das sieht bestimmt ultra geil aus nur mit den machen wir gleich eine Pause in der Pause exklusiv nur für die Stream Zuschauer gibt's gibt's nackige Minyas mit pinken Schuhen genau gut wir sehen uns ähm zur nächsten Folge wieder hashtag geile Schuhe hatten wir schon das Thema und ähm bis dahin tschüss tschüss tschüss